Genügt schon, wenn sie sich ein bisschen umdrehen. Verführerisch und modern gab Nadja Tiller in unzähligen Filmen immer wieder den Vamp. Es hat mir immer großen Spaß gemacht, diesen Rollentyp zu verkörpern. Und es muss mir ja auch wohl gelegen sein, sonst wäre ich nicht so gut angekommen, sagen wir es mal so. Die Rolle der Frankfurter Edelprostituierten Rosemarie Nitribit war 1958 ihr internationaler Durchbruch. Wenn du jetzt nicht sofort mit mir tanzt, sage ich ganz laut. Na, Autokar, schläfst du mit mir? Das Mädchen Rosemarie wurde damals zum Skandalfilm. Sogar das Auswärtige Amt schaltete sich ein und wollte verhindern, dass der Film bei den Filmfestspielen von Venedig gezeigt wird. Es war unglaublich, wie empört Deutschland war über diese Tatsache, dass man die Geschichte dieser Prostituierten verfilmte. Ich bin ja nicht ein einziges Mal ausgezogen und ich bin nicht ein einziges Mal mit einem Mann im Bett. Das war nicht das, was wir machen wollten. Wir wollten dieses Wirtschaftswunder karikieren. Und das ist uns auch gelungen. Es ist von der ganzen Welt akzeptiert worden. Nadja Tiller jedenfalls war mit einem Schlag berühmt und international gefragt. Sie bekam Angebote von Fellini und Visconti, die sie aber ablehnte, weil sie zu unerfahren war. Ich kann das heute so leicht erklären, weil die Angebote aus Italien kamen auf seine merkwürdige Weise. Also da kamen so Zettel ins Haus geschneit. Und Visconti war damals auch noch nicht so berühmt. Ich gebe zu, man hat sich sicher falsch verhalten. Man hätte wahrscheinlich mit seinem Manager nach Rom fahren müssen und sich mit den Leuten unterhalten. Aber auch ohne diese Regisseure, die vielleicht auch ein Sprungbrett nach Hollywood gewesen wären, hat sie eine schillernde Karriere gemacht. Spielte an der Seite von Ovi Fischer, Jean Gabin, Kurt Jürgens oder Jean-Paul Belmondo. Ja, ja, also ich habe schon eine ganze Menge ganz gute Herren gehabt, die alle sehr, sehr nette Kollegen waren, muss ich sagen. Ein netter Kollege war auch ihr Ehemann Walter Giller, mit dem sie bis zu dessen Tod 2011 55 Jahre verheiratet war. Skandalfrei. Und das trotz einiger Affären, wie sie offen zugibt. Es wäre ein Jammer, wenn mir nie ein anderer gefallen hätte. Und ich fände es auch ganz schlimm, wenn meinem Mann nie eine andere gefallen hätte. Nach ihrer großen Zeit als Kino-Star zog es Nadja Tiller auch vor die Fernsehkameras. In vielen Serien, Fernsehfilmen und Shows war sie in den 80er und 90er Jahren auf dem Bildschirm präsent. Und sie spielte Theater. In Hamburg etwa im Winterhuder Fairhouse oder in den Kammerspielen. Hier bekam sie mit 69 nochmal eine Charakterrolle angeboten. In dem Stück Nächte für Joan spielte sie die alternde Diva Joan Crawford. Ich glaube, das war das Hauptproblem bei der Joan Crawford, die einfach nicht akzeptieren wollte, konnte, dass sie eben älter wird und dass die Zeit darüber hinweg rollt. Und das nützt nichts. Also das muss man tun. Nadja Tiller selbst hat ein pragmatisches Verhältnis zum Alter. Es nützt ja nichts. Wir haben ja keine Wahl. Entweder bin ich nicht mehr da, dann habe ich ihn nicht mehr, den Geburtstag. Oder ich muss ihn durchstehen. Oder ich muss ihn durchstehen.